Wir beide, wir verstecken das hier vorne. Bist du dir sicher? Ja, der kann das hier nicht finden. Na gut. Hier willst du das auch verstecken? So dicht? Klar. Ey, die waren noch gerade hier. Die haben noch hier was versteckt. Ja, da ist doch was. Ich hab's gefunden. Hier oben ist doch bestimmt auch noch was. Oder... Kuckuck. Oder hier oben? Da muss ich doch mal hier oben gucken. Ich bin ein kleiner Affe. Oh, da juckt was. Da sind das hier vorne. Muss ich mir mal ein bisschen näher angucken. Oh, da ist es hell. Weg hier. Da hat er eine Kamera aufgestellt. Äh, ich wollte aber noch hier oben was gucken. Äh, da ist doch irgendwas. Äh, oh, ich glaub, der hält mich nicht. Muss ich hier probieren. Äh, hier hoch. Äh, doch, das sieht gut aus. Ist stabil. Das hält, ja. Oh, 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 oh. doch nicht mach ich nur dann mal hier probieren hier oben ist nichts wieder zurück ja denn hier vielleicht könnte gut aussehen und was ist da nehmat mbc sind vielleicht oben oben was wir noch irgendwie und ja gefunden ich hatte wirklich gefunden sie ist was da hinten na gut das hier vorne das auch ja das weg schade nur